Hallo Leute und Willkommen zu meinem Informationsvideo, wie es hier auf meinem Kanal weiterläuft. Nämlich habe ich einen neuen Uploadplan und der sieht folgendermaßen aus. Am Montag gibt es Monster Hunter for Ultimate, Online Gameplay oder Gameplay meiner Custom Quests. Anhand der Bilder die ihr jetzt seht, könnt ihr schon erahnen was so in der Zukunft alles kommen wird. Ich habe bereits bis zur 21. Custom Quests aufgenommen und das wird dann jetzt in Zukunft hier wahrscheinlich am Montag immer kommen. Und dann haben wir Super Mario Maker. Ja, nämlich habe ich angefangen zu spielen, ist sehr lustig und da dachte ich mir, mache ich halt Let's Play. Und deshalb werde ich Mittwoch oder Donnerstags jetzt immer Super Mario Maker Let's Plays hochladen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich glaube schon. Extra dafür habe ich auch ein neues Kanalbild gemacht, welches ihr hier seht. Und zum Schluss am Freitag werdet ihr dann immer ein Let's Play Together sehen, zusammen mit Zentron. Das wird es dann immer Freitag geben. Ja. Das war es auch schon Leute. Es sollte nun kein Infovideo sein zum Uploadplan. Und man sieht sich. Macht's gut. Ciao. Ciao.